so willkommen zurück bei overwatch ich gucke wieder mal was die anderen picken mit dabei ist wieder karin ich glaube ich muss sich gleich auch noch lauter machen wenn die gegner fertig gepickt haben auch weißt du was ich jetzt einfach mercy und gehe raus weil ich muss dich lauter stellen ist nämlich gerade noch sieben teils eingefallen dass du der letzten aufnahme nicht laut genug warst sollte passen weiß nur vor ende des countdowns wieder drin nicht dass ich noch aus dem spiel fliege was haben wir denn alles menschen und roboter was unten affen was mich gerade wundert ist der weeper sagt aber winsten dass die leute sich vor ihm verstecken müssen weil die angst vor ihm haben und dann meint irgendwie winsten ja vor dir kriegen sie auch keine gänsehaut was fragt mich wenn weeper den tod darstellt was soll man denn sonst gänsehaut kriegen irgendwie macht der spruch keinen sinn wir haben auf jeden fall eine nervige tracer im gegnerischen fliege gegangen ist da bist du überhaupt deswegen ist sie auch auf mich gegangen ich helfe gerade unserem weeper hinter uns tracer jungs und jetzt bin ich tot musste ich ausweichen das waren zu viele gegner es war noch alle außerdem hier tot aber das ist der aufnahme fluch letzte runde gewonnen das heißt jetzt verlieren wir die beiden für die aufnahme und dann geht es weiter das ist so bescheuert und hat mich nein die kommt auch gleich zu euch sie hat gesehen dass ich low life bin und hat die chance ergriffen ja gut sie hat mich auch lowlife geschossen noch ich wollte es dann halt zu ende bringen hatte ich schon wieder hier und jetzt hat sie mich sie hat sie mir das medipack vor der nase weg geschnappt und mich dann umgebracht bevor ich da war müssten mal aktiv etwas gegen die tracers tun auch nett sorgt dafür dass ich am rand ist ganz viel action toll und die latschen das mal alle in tracers ulti hilfe ich bin alleine hilfe tracers hinter mir ich habe eine tracer gekillt okay die zweite und roadhog waren dann zu viel ich habe es bis zum punkt geschnitten die tracers nerven ich habe gerade noch eine wiederbelebung gemacht es müsste eigentlich reichen um den punkt einzunehmen hoffe ich bevor der drache kommt ich hoffe unser weep hat seine ulti natürlich hat er nicht seine ulti alter han so fick dich als hat er mich kommt nein das ist außer dir ist niemand mehr da na geil du bist gerade getracert wie ich sehe das war unschön ich glaube wir bräuchten noch einen tank mehr oder so oder irgendwas das sich die ganze zeit um die kack tracers kümmert weil die ganzen von uns die nicht tanks sind kommen kaum auf den punkt was macht unser autog eigentlich der ist die meiste zeit gelahnt und gestorben wir haben doch gar keinen roadhog jetzt nicht mehr warte ich sag's ihnen mal ganz kurz kill kill the damen tracers okay das war wichtig jetzt wissen sie die taktik wenn die tracers tot sind haben wir gewonnen ganz einfach ja warum ist der erste von uns schon tot tracer okay das heißt wir haben fast gewonnen ja so ungefähr ne ist fast tot das war mercy nicht meine mercy schwester doch ich weiß nur sterben äh mac hinter uns wie viele tracer haben die jetzt äh zwei immer noch und beide nerven ich höre so schreien ja ist auch gut dass sie endlich weg sind weil jetzt kommen hanso und ich endlich mal wieder irgendwo hin wenn jetzt einer hinter euch kommt ihr seid alle auf derselben stelle ja alter was haben die getan ähm getötet hatte gerade irgendwer Leben verloren ich will wissen ob das noch weiter zählt ja es zählt sogar noch oh hey haben sie es gefixt vielleicht man weiß es nicht ja es ist das achja vorsichtiger optimismus unser reinhard ist tot sie kommen oh ne alter war das knapp ich stehe die ganze zeit da drin dass ich keine querschläge abkriege nein ich meine in der ulti ich bin ja rausgeflogen jetzt bin ich tot hanso von hinten aber unser reinhard ist noch da er hat es zumindest versucht wir sollten uns sammeln what the fuck schlechteste diva ever es war gerade seltsam worldhawk hat mich runtergehuckt dann wollte ich mich hochporten und bin irgendwie beim hochporten gestorben äh diva ulti das ist nicht diva das ist mehr so ein drache nein ich meinte dass du durch die diva gestorben bist die war noch nicht explodiert die war noch dabei die habe ich oben gesehen dadurch wäre ich gestorben irgendjemand muss an den rand kommen sonst bin ich down ich bin down vor allem ich sehe die alle da oben aber keiner geht an den rand ich weiß gar nicht was mich darunter geschlagen hat den rieper hat ein ulti voll na fuck mist bin tot ich wollte hier dahin und die drei leute wieder beleben aber die die vr schubs seien die ganze zeit weg ja müssten uns mal sammeln sonst wird das nix die hat die voll verschwendet weil ihr noch in der die waren alle noch in der unbesiegbarkeit drin ja ich stand voll volle kann ich bin ja nicht unverwundbar während meiner ulti leider jemand auf den punkt ja ich aber er hat so gut angefangen ich sag doch aufnahmen sind nie gut soll ich nach rematch suchen nur mache ich das nach my light sehr gut bestes highlight so müsste relativ am anfang von level 77 an der geht das geht sogar mädchen als gruppe verlassen spielen ich spiele auch irgendwann noch mal bringt aber wahrscheinlich erst ab der zweiten saison weil da aktuell so viele hacker sind ich keine lust zu wir hätten eben einfach mal alle zusammen angreifen müssen ist für besser gekommen warte ich warte was die anderen wechseln und nehme dann ich will ja keine reinen mercy folgen die ganze zeit eine chili banane chili banane chili banana und es pickt mal wieder keine tank naja die punkteeinnahme ja die punkteeinnahme kann auch noch ohne funktionieren wenn wir teamkill raushauen geht das auch so junket ist auch ganz gut gegen die ganzen geschütze die da wahrscheinlich stehen ich weiß nicht ob wir einen senjata brauchen am ehesten aber keine ahnung senjata habe ich auch nie wirklich verstanden weil der macht nicht wirklich gut heilung seine komische schadenssphäre habe ich noch nie gesehen dass sie irgendwas gebracht hat oder er die macht ja keinen schaden die sagte nur dafür mehr als mehr schaden erleidest in den meisten fällen war ich halt so oder so tot meine fresse alter ich wurde von deren reaper gerade hart genutzt weil ich gegen die treppe gelaufen bin ich dachte ich kann da hoch springen und das geländer war noch da er die trappe trappe war eine trappe äh jetzt krieg ich hier schon anfragen egal beantworte ich gleich nach der aufnahme na endlich haha gedisst ich habe deren junket gemobbt ich habe deren mercy ich habe glaube ich die meisten noch abgewehrt sollte eigentlich zum einnehmen reichen ich habe glaube ich die meisten noch abgewehrt sollte eigentlich zum einnehmen reichen egal wir haben den punkt angenommen aber nicht schnell genug ich mache erstmal das geländer weg dass man hier vernünftig hoch kommt so nett über den affen freue ich mich ja nett okay okay I'm burning so wo flanken wir denn jetzt hin das ist das ende er hat mich zwar noch gefangen aber ich habe ihn vorher getötet so der tracer ist auch sehr aggro die ballert die ganze zeit auf mich oh und ich porte mich erstmal falsch jetzt muss ich laufen nein 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 verdammt ich sollte das nachladen nicht vergessen das ist das ende jetzt gibt es eine andere ich dachte jetzt würde es so ein oh es riecht gerade danach dass irgendwer seine ulti machen würde ja gerechte strafe ist schon mal weg die gerechte strafe ist tot ja ich schieße nicht auf dich wenn du den scheiß macht genji ab genji ich bin fast tot kein problem wir haben den checkpoint gegen verkehr gegen verkehr gegen verkehr ich habe mich zu spät in die schatten gemacht alter will tracer mich eigentlich mobben ok ich muss mich kurz heilen hast du dein e gerade ich habe dich eben schon geheilt du heilst ja automatisch mit dem e meine ich achso ach deswegen war ich wieder fast voll ja oh ne oh ne ok sollte sterben und kommen kann man sich um die mercy kümmern die nervt die schießt die ganze zeit auf mich ich fühle mich total gemobbt was will die von mir ok da war irgendwie weniger um die ecke als ich dachte genau genommen gar nichts sind viele am wagen irgendwie von den gegnern noch nicht jetzt ich habe deren mercy schieb durch ich habe es versucht ja die strafe hat es rausgerissen aber es sieht ganz gut aus gerade und ich verporte mich erstmal oh ne er hat uns im visier vorsicht uh der drache wird gut kommen so heilung weg porten die nutzen gar nicht dass man hier oben lang gehen kann das finde ich voll gut ich habe hier oben voll freie bahn ich heile gar nicht fuck die verdammte frache puch ich wurde getötet ist mein vierter tot aber ich habe gold in eliminierungen wir müssten uns mal sammeln glaube ich wir haben jetzt noch nen soldier hier oben versucht sich ein schwann mannbeerschwein bereit zu machen und er hat mich einfach weil ich nachladen musste fuck er hat uns zu viel im visier die haben nicht zwei davon lebt noch wer von uns und ich habe mich direkt vor dem mannbeerschwein teleportiert wir müssten uns mal sammeln das ist eure gerechte strafe ja ja los pushen wir mal ich habe ein paar weg gesetzt der drei leute getroffen einfach das war es mit pushen ich habe meine ulti gewastet ich hätte länger warten sollen ich gehe mal ganz außen rum ich gehe mal ganz außen rum ernsthaft mercy ah und die may braucht drei jahre mich zu töten schafft es aber trotzdem noch weil mein shift nicht bereit ist das ist echt der fluch der aufnahmen die ganzen schönen runden kriege ich nur wenn ich nicht aufnehme ich bin gerade zu dritt an der fracht ich bin an der fracht ich bin tot ah man ey jedes mal so ein kack ja der dreifach kill mit dem reifen der war auch kack hätte der den dreifach kill nicht gemacht dann wären von uns mehr da gewesen ja aber ich habe gold in eliminierungen g-man interessant na man kann nicht alles haben egal das war es auf jeden fall mit overwatch für heute vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss finds nach